die fußballfans willkommen zu diesem spiel ich darf sie ganz herzlich begrüßen ich bin wie gewohnt wohl fuß zusammen mit dem kollegen frank buschmann werde ich das ganze für sie kommentieren und heute freuen wir uns auf eine partie aus der liga das wird mit sicherheit ein riesen spiel also ich freue mich wirklich auf dieses spiel das ist ein der angriff sah gut aus aber dann kommt doch noch ein gegenspieler dazwischen sie können über den flügel kommen spielte aber der ball ist so heiß frühes tor immer wichtig so hatten sie sich das vorgestellt ein perfekter start in diese begegnung wir schauen noch mal kurz auf die wiederholung dieser szene sie spielen den ball zurück und dann wählt er das kurze eck richtige entscheidung er kann den keeper überlisten er freut sich über das führungstor sie setzen sein taktisches konzept im moment richtig gut um und damit haben wir den ersten treffer jetzt könnte das spiel richtig fahrt aufnehmen schön dazwischen gegangen und jetzt bekommen sie die chance entscheidet auch faul aber da kann er die verwarnung noch stecken lassen lässt sich einfach abhängen geht da rein da können sie sich bei ihm bedanken was für ein echt sprung da zeigt das ein ganzes können aber das war gefährlich keine frage die ecke kommt kein tor da blocken sie den ball gerade noch ab ecke kommt den 16er und da ist die szene auch schon wieder zu ende schön diesen pass abgefangen gut wie er den ball abblock auch hier steht der gold richtig er kann den schuss blocken und jetzt die gelegenheit noch mal auf diesen treffer zu gucken er schließt im strafraum mit viel gefühl ab und drin das ding der ball kommt rein da gibt sich viel zu diskutieren denke ich kann spiel im eigenen das soll jetzt ausgleich werden und er macht den elfer super elf meter naja hat einfach das selbstvertrauen in diesem duell gegen torhüter bringt das ding einfach im tor unter so wie hier starke aktion 1 1 1 wieder unentschieden der spielverlauf ist völlig offen cedric etten und da kommt er an den ball da haben sie den platz auf dem flügel hereingabe erst mal keine gefahr mehr gut gelöst er lässt weiterlaufen klasse durch den vorteil gerät das spiel nicht in stock und klasse durchgesetzt jetzt die möglichkeit das hätte der torhüter besser lösen müssen kann er normalerweise auch das kennen wir besser von ihm so ist die lücke da und so fällt das tor 2 1 hier ist noch alles drin kervin bua sehr gutes abspiel jetzt ist das das tor weiter gefährlich der ball an den posten und wieder ins feld ball gewinnen gefährliche position der ball sie sind zurück in diesem spiel noch mal die wiederholung ja und nach dem fehlpass ist natürlich viel zu viel unordnung da und das wird eiskalt bestraft jetzt bin ich gespannt was lässt er sich noch einfallen sie haben die partie erst mal wieder aus der hand gegeben den ausgleich haben sie sich wirklich verdient ein richtig gutes und ausgeglichenes spiel super wie sie da druck war da ist der ball besitzt pass kommt nicht an ja vielversprechender steilpass schöner hoher ball fällt das tor doch noch vorne der ball gewinnen so vorteil nach diesem foul freistoß und das ist eine gute gelegenheit freistoß chance vielleicht jetzt zur führung latte aber der ball ist noch heiß gute balleroberung was waren sie draus faul aber vorteil geht erstmal weiter nicht der führungstreffer in dieser szene das gestänge verhindert das tor es hat nicht viel gefehlt das wird sie ärgern jetzt kann das tor fallen er hält ihn ist es denn zu fassen bei dieser ecke hoffen die fans jetzt auf die führung jetzt die ecke und das gibt abstoß 2-2 zur pause ein intensives spiel mit vielen torraumszenen darf gerne so weiter gehen in durchgang 2 jetzt geht es weiter der ball rollt in dieser zweiten hälfte da gehen sie dazwischen kabarett gutes tackling er hat das bislang sehr sehr ordentlich gemacht er hat den ausgleich gemacht das dürfte auftrieb geben den wird er auch brauchen wenn er seine mannschaft hier zum sieg führen soll da ist die chance da trifft er die latte der ball springt weg keine optimale technik hier aber da war es auch eng den treffer hätten sie gerne mitgenommen aber das alumine ein bisschen kurz eingehakt jetzt wird es vielleicht gefährlich den macht er ganz seriös ins leere tor hier nochmal die wiederholung des treffers ja da hat das natürlich leicht niemand da alles offen ist kein problem 3 zu 2 also da ist alles drin sehr dribbelt stark da sehen wir es wieder das muss es sein tolle parade jetzt kommt die ecke da sind sie immer noch sehr gefährlich Achtung jetzt in den interrupted klasse geklärt da kommt der pass aber gut aufgepasst Die Mitspieler kommen ihnen zu Hilfe. Ball kommt. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. So viel. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Machen sie gut. Steil passt. Chance zur Führung. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz starke Szene. Da wissen sie, bei wem sie sich bedanken müssen. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Der Ball kommt. Etten. Die Chance zur Führung. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Tor und damit führt sie hier. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden, aber so passiert es dann doch. Beeindruckend, sieben Tore insgesamt, 4 zu 3 der Spielstadt. Das könnte die Chance werden. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Ja, sie können erstmal klären. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Das könnte die Gelegenheit geben. Und er ist drin. Von der Latte. Leidens Glück. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Da haben sie jetzt Platz. Macht er ihn. Ganz stark abgeblotten. Volley genommen. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Das war kein Platzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Wir lassen ihn dann im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Cavaret. Sauber vom Ball getrennt hier. Erstmal dazwischen gegangen hier. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Spielt den Ball. Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein Perf. Lässt sich einfach abhängen. Oh, da können sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Und er macht den Elber. Und Klasse durchgesetzt. Tor. Und damit führt sie hier. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Ballgewinn. Gefährliche Position. Jetzt kann das Tor fallen. Er hält ihn. Wie ist es denn zu fassen? Kurz eingehakt. Jetzt wird es vielleicht gefährlich. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Tolle Parade. Jetzt kommt die Ecke. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ball kommt. Da ist das Tor. Und sie haben den Ausgleich. Die Chance zur Führung. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen sie, bei wem sie sich bedanken müssen. Itten. Die Chance zur Führung. Gehalten. Aber der Ball weiter im Spiel. Tor. Und damit führen sie hier. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Das könnte die Gelegenheit geben. Und er ist drin. Und er ist drin. Von der Latte hinein ins Glück. Macht er ihn. Ganz stark abgeblockt. Volley genommen. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Wolli getroffen hat. Absolutes Traumtor. ht左 an. Was für ein Tor. ." Sog.